Das Ding war direkt hinter mir. Ich bin auch noch mal ganz kurz nach oben. Ehm, einen kleinen Moment. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme beenden. Nach dieser kleinen Unterwechung geht es auch hier wieder weiter. Ich hab dir meinen Touchdown schon gegeben. Das hat Jahre gedauert. Jahre! Jahre! Wie, bin ich jetzt blöd dafür? Gib mir das hin. Okay. Hast du mit der Haßgeschichte? So, ähm... Einstirn darunter. Der dürfte das sein. Guck mal aufs Planeten. Steht da irgendwas mit mir? Fuck? Ne, ich hab mir leider nur die Gebiete halt. Was es ist. Forest, Desert, Luna. Aber du kannst ja mal bei dir aus. Ja doch, mir vergisst du. Ja. Vor allem. Lohnt sich. 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 Guck mich an. Guck mich an. Ich fliege gerade. Ich muss aufpassen. Ich darf kein anderes Schiff haben. Das könnte teurer werden in der Versicherung. Au. So... 2 4 ich habe 3 und ich habe vor das ist 5 Naja Fuck Expense 2 Können wir eh nicht gucken aber 2 hast du da nimmst einer 2 ne ich hab hier nur für die Sprecher sind V also 5 ja dann 3 und Prozent Ein I und ein V, das ist ja dann vier. Ja. Gibt es nicht andere Planeten? Gibt es nur diese drei fucking Planeten. Ach, WTF, unser Planeten ist so winzig. Ach, du Scheiße. Der ist ja so ganz, ganz klein. Ja, da ist er, hab ihn gefunden. Ja. Und nur um sicher zu gehen. Nur um sicher zu gehen. Geht noch mal kurz runter, guckt, ob es wirklich unser Planeten ist. Ja, wir sind auch immer noch in der Umlaufbahn, Alter. Da geht auch unser Projekt mal dahin. Kann man nicht sofort? Doch, kannst du sofort? Ja, meiner Meinung nach nicht. So, rückwärts einparken, wir sind da. Ich überprüfe das. Ja, es ist unser Planeten. Ja, ja, ja. So. Das heißt, wir machen jetzt hier auf meinem Schiff mit der Karte. Ja, kommst du? Ja. Okay, ich hab die Karte. Ich hab sie. Warte, die Katze in die Mitte. Connecting to sail. Ja, es funktioniert. Nice. Wir brauchen einen Stationen-Namen. Ähm. Irgendwas mit C-Mox. C-Mox Station. Ich weiß, ich brauch was mit C-Mox. Oder die Ficker Station. Äh. Die Liebesgrotte. Die Liebeshöhle. Die, ähm. Bad Cave. Bad Cave. Nein. Nein. Ich bin Batman. Bad Cave. Bad Cave. Äh. Die C-Mox Cave. C-Mox Cave. Äh. Äh. The C-Mox Cave. Ähm. Nova Prime. Ähm. Äh. 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 Hast du das an den Namen? Nein, ich weiß nicht, wie es denn soll. C-Mox Cave. C-Mox Brotte. C-Mox Höhle. Äh. Bad Cave. Ähm. Ich bleib einfach nur Bad Cave. Ähm. Gotham. Ähm. Batman. Ähm. Der Turm. Äh. C-Mox GmbH. C-Mox Cog Hg. Aber jetzt kann ich das hier auswählen, wo das hin soll. WDF. Ist das geil. Aber dann zeigt es sogar an, wo die hin darf und wo nicht. Also wo halt der, ähm, die Umlaufbahn gut ist und so weiter. Also ich kann noch näher zur Sonne ran, oder halt etwas weiter weg. Hm. Ich weiß nicht, der oder vielleicht, vielleicht das stimmt, zur Sonne, haben wir zum Beispiel Sonne. Also halt unsere, äh, wenn wir näher zur Sonne gehen, dann haben wir die Wahrheit zwischen unserem Planeten und der Sonne, oder halt, äh, 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 außen halt. Also hinter unserem Planeten, die Umlaufbahn. Äh, zwischen Planeten und Sonne, willst du sagen, oder? Und wie nennst du, nennst du mir das, ich weiß jetzt, äh, ich hab ein paar gute Ideen gebracht. Da ist, ich glaub sie ist da. Da blinkt was. Ach, das muss immer noch deployen. Deploying Station. Ja, sie existiert. Und wie kommen wir da jetzt hin? Ah, wir müssen jetzt mit dem Mech da raus. Alter, wer hat den ganzen, äh, das, das hab ich hier nicht hingesetzt. Was? Was soll denn immer jetzt nicht? Ach, da, wie können wir die halt erweitern hier? Ach, du Scheiße. Komm mal hier. Warte mal, wir können hier die, gra- Was? Spring mal. Kann ich. Mach den Mut warm. Spring mal. Geil. Wie geil ist das denn? Das kann man da einstellen. Kannst du das auch? Ja. Wuhu. Au, ah. Aber guck dir mal, wie viel, wie teuer die ganzen Sachen jetzt. Wir können da einen Kern dran machen, wir können. Also ich habe soeben beschlossen, ähm, Starbound wird bei uns, also ich hatte eigentlich das vorgehabt, so in Staffeln zu gliedern, so in eine Staffel und dann keine Ahnung, was man danach macht. Das ist Staffel 2. Ich weiß auf jeden Fall, dass Starbound ein unendliches Let's Play wird. Auf diesem Channel. Alter, also, ähm, Scheiße, die anderen. Ich muss sagen, das wird Staffel 2 hier. Also, wir machen Staffel 1, machen wir doch auf unserem Planeten, Staffel 2 wird in die Welt rumgehen. Alter, ihr seht's schon kaum. Ja, wir können eigentlich echt so machen, dann heißt es, wir haben jetzt die Vorbereitung dafür getroffen. Und, ähm, können jetzt wieder zurück auf die Erde, dann muss ich irgendwann mit die Folge schneiden und mal gucken, wie viel ich jetzt habe. Weil, ich könnte jetzt schon eigentlich schon fast an den 100 Folgen dran sein. Ja, es muss ja nicht exakt 100 Folgen sein. Ich würde nämlich sagen, wir gehen jetzt nochmal zum außerordentlichen Schiff, ne? Du meinst, das ist... Ja gut, ähm... Ah ja, wir haben ja einen Bookmark, okay. Oh, warte mal, ähm, wie nennen wir das jetzt eigentlich, diese Station? Sie hat eigentlich einen Namen. Wie heißt sie denn? Äh, warte. Wie heißt sie denn jetzt? Ja, guck nach. Da steht nichts. Äh, scroll mal runter. Ich kann, ich muss den Bookmark sehen. Achso, ich muss den selber. Ja, okay. Ähm... Wie nennen wir sie denn jetzt? Wie hast du sie genannt? Hallo? Ach, fuck. Das ist ein T. Und kein D. Äh, also, hast du mit T in ein Bett? Ja. Also, halt. Und dann, Klammer aufs Team Box? Und dann Cave? So. Okay. Die Beschreibung ist auch cool. Alter, du kannst... Alter, du kannst... Alter, blöd. Wo ist es jetzt hin? Hä? Ich hab irgendwie deployte Party-Member. Ja, das ist halt nur bei mir. Jetzt bist du da draußen. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört so. Weg. Und dann auf einmal, bam. Da ist er wieder. Okay. Hallo. Dann bin ich wieder. Habt ihr mich vermisst? Alter. Alter, wie geil ist das denn? Alter, ich feier das. Ich feier das so hart. Warte? Ich komm nicht zurück. Ich kann das nicht machen, was du machst. Ich kann das nicht. Doppel D, ne? Doppel A. Geht nicht. Warte, mach mal die Schwierigkeit... Äh, die Schwierigkeit... Äh, Losigkeit an. Aus? Ja, aus. Ich kann fliegen. Nein, du musst es machen, wenn ich höher bin. Was hier? Tropfen Surprise. Too fat, too fly. Okay. Nee, warte. Hör, hör, hör. Ja, ich knall ja nur auf die Zwischenplattform. Ja, musst du durchdrücken. Ah! Geil. Ähm, na gut. Okay, B2Ship. Eww. Alter. Das ist so krank. Das ist so geil. Ja, ich bin glücklich. Ähm, ja, wo geht's jetzt hin? Du musst das Schiff suchen. Äh, wo ist das Schiff? Ja, aber dann geh ich zu dir aufs Schiff, ne? Ja. Ja, ja. Ich fred mich jetzt. So, ich bin jetzt. Moment, ich komme gerade zu dir. So, Binder. Ja, ich fliege gerade dazu. Ja, aber unsere eigene Station. Die sind mehrere Schiffe, aber das ist nicht das Schiff, das wir suchen. Die sind mehrere Schiffe unterwegs. Geil. Das heißt, wir können jetzt mehrere Schiffe besuchen. Aber wie kommen wir jetzt eigentlich in den Weltraum an, an diese statischen Zellen für den, also nicht statischen Zellen, sondern an diese Chips für den. Ich weiß es nicht. Ah, ne, warte mal. Ich glaube, ich habe sogar ein Ding von dem. Warte, wenn ich reingehe, geht noch nicht rein, wenn man ruhig muss. Du bist einfach in den Dings hinten reingeflogen, in den Antrieb. Oh, find ich das? Ja, deswegen hast du Schaden bekommen. Ach, Alter. Warte mal, was habe ich jetzt gerade bekommen? Oh, Teleporter geklischt. Ich habe Teleporter, ja. Was? Ich sehe nicht mehr. Du schlappe. So, alle können so machen, dann einfach. Jetzt? Aha. Okay. Das heißt, das Ding zeichnet sich jetzt immer den nächsten... Nein! Mario! Nein! Mario! Wo bist du, Mario? Wo bist du, Mario? Ich bin... Hallo! Mario! Ich bin wieder zurück. Mario! Ich kämpfe dagegen an. Ich fiebe mich an. Ah! Warte, 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 warte. Ja, es geht zurück, es geht zurück. Ja! Ja! Nein, nicht mein Rücken, Marc. Das ist meins. Wie weit ist denn das? Ach, noch ganz weit. Ach, du wolltest sie einfach. Ah, es war's mal. Ich habe jetzt ein paar Sachen gefunden, die... Ich finde, wir finden in den Schiffen, das ist nicht im All selber, sondern in den Schiffen. Hä, ich wollte doch nicht hier... Ich habe gerade drei Sachen für den gefunden. Powerkupple, wo ist denn Powerkupple? Ah, Powerkupple, drei Stück. Also, das waren Questgegenstände, die wir über den findet. Ach so. Ich finde, also... Ich finde hier zum Teil auch Questgegenstände. Ja, okay. Ähm, so, ich suche gerade mal ein neues Schiff. Einfach nur weiterfliegen, ne? Ja, ich suche gerade hier irgendwas anderes. Jetzt ist die Frage, zeigt ihr uns jetzt immer nur das eine Schiff an oder auch noch andere hier? Äh... Aber kannst du die irgendwie größer machen? Ja, ich suche gerade hier Schiffe. Ah... Ah... Ah, das habe ich ja schon besucht gefunden. Wo ist das da noch? Wo bist denn du jetzt? Bist du wieder auf dem Schiff, oder? Ja, ich suche gerade hier Schiffe. Ich habe, glaube ich, gerade... Da war eben eins, das jetzt weg ist, glaube ich. Ich glaube, zum Teil sind die... Ich glaube, die können, ähm... Wegfliegen. Ich glaube, da sind nicht immer Schiffe da. Weil ich... Ich habe gerade eben da noch... Da war noch ein anderes Schiff, da ist weg. Das wäre voll geil. Das wäre hier nur ein Dopperschiff. Doch, komm. Ich will nicht sagen, Chris, aber... Das Schiff eigentlich ist die Blitzer. Okay. Das ist die Waffenstation. Achso, an der Waffenstation waren wir ja schon, ne? Ja. Ah, das ist jetzt gleich kein Schiff. Wir hatten ja mehrere Schiffe, aber das ist jetzt weg. Ja. 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 Stimmt. Ja, okay. Ähm... Ja, bevor wir jetzt hier weiter den Weltraum suchen... Jetzt gehe ich hier nur nach Hause. Nach Hause. Ja, wir müssen doch hier für die Eastern oder was machen, ne? Ja. Dann können wir gerade die Mission machen. Aber... Warte mal, warte mal. Komm mal her, komm mal her. Wo bist du? Komm zu meinem Schiff und dann geh runter. Kommst du noch, Jo? Zu meinem Schiff und dann mit dem Mac runter. Oh, schlitt, 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 schlitt. Aaaaah! Ja! Nej! Aaaaah! Fas! Aaaaah! Aaaaah! O Gott, Mac Fitt geht raus! Aaaaah! Black, kommt da auf! Black, kommt da auf! Alter, ich wollte einfach mal kurz gucken! Alter durch Mario! Du weißt, dass du den Bohr aktivieren kannst... Ja, hab ich schon gemacht. Hicks ist gekommen. Ich versuch' mal nach rechts durchzuschlagen Ah, da ist wieder eins Boah, das ist scheiße Strat nicht zu viel Kraft Erledigt Oben durch oder? Oder unten? Alter Das ist echt Bombo Scheiße, war auch ein Upgrade Ich bin fast down Geh, gehen wir mal auf Folgen wir den Fall Ach Gott, ist ferne Der Feinde vom Fall Ich wollte keine Welt auf den Schluck starten Kurzer Einblick auf Staffensahl Auf uns durch Okay Leute, wir kommen auf den Staffensahl Nein Alter, wir sind fast down Ich hab' irgendwas drauf Aber kann er Sachen auch auflesen Nein, nicht wieder so'n Teil Oh Gott, nein Oh Gott, das ist ein Geschützturm Das ist ein Geschützturm Das ist ein Geschützturm Das ist ein Geschützturm Ich hab' die Schützturm Ja, ich muss sie da Ich komm runter Okay, Mario Ich hab' die Leute mit anderen mal machen Ich hab' die Leute mit anderen mal machen Wir müssen unser Schiff echt upgrade Weil das ist Ja Ja Machst du das? Ne, hier ist eine Mission Hier, Deploy Du kannst es bei deinem Computer machen The Great Sovereign Temple Okay Deploy in 3 2 1 Was? Ich hab' gerade Deployed Ich hab' 3 Sekunden Vorsprung Ja, dann warte mal Ja, ich warte Ich fliege noch Ach Gott, scheiße Ich fliege Ich weiß nicht gleich Ja, das ist ja so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020